Ihr Lieben, bald ist Pride Month. Ich bin heute schon mal unterwegs in Covalence und in der Umgebung und plakatiere ein bisschen, damit die Stadt sich drauf in die Stelle kann. Ich zeige wie immer Farbe und ich hoffe, ihr macht das auch mit uns. Wenn ihr hier so ein Plakat seht, dann macht ihr ein Selfie, ladet das hoch bei Social Media und markiert plakatverkauf.de und mit dem Hashtag Pride Month und Love is Love und vielleicht auch die Dörte dort. Ich mache mal weiter und Covalence bleibt einfach bunt. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.